Also auch wieder eine Map, wo man richtig lange handen kann, oder wo ich lange handen kann, weil ich krieg's halt nicht immer hin. Das war jetzt schon mal der bessere Start. Ah, runtergeschaltet schon wieder. Nee, nicht so gut. Dafür war der Sprung jetzt mal besser. Ja, das reicht. Das reicht. Zack. Da ist er. Ist ein bisschen zu einfach, die AT. Ein bisschen zu einfach, würde ich sagen. 47,62. Ja, okay. Ist okay, ist okay. Ist nicht zu einfach. Gut. AT Metal Guys, 47,62. Ähm, ja, I like the track. I like the track. Thumbs up. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ähm, I don't know. I don't know what to say. Ähm, you have to speed slide on dirt and stuff. I can hunt this. I can hunt this for hours again. Ja. Also. So wie gestern der Track, da hab ich mich lange mit aufgehalten wegen den Dirt. Ähm, ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Da müssen wir ran. Da müssen wir ran, auf jeden Fall. Ne? Da müssen wir ran, auf jeden Fall, auf jeden Fall.